Na, sieh mal einer an. Oberleutnant Mengelbert ist wieder da. Wir fliegen doch alle in da. Guten Morgen, Herr Oberleutnant. Entsteckung! Wir werden rausgezogen aus der Front. Wir werden nach Holland. Da vorne ist ein Bauernhof. Da gehen Sie mit Ihrer Kompanie hin und sichern den Bauernhof als Vorposten. Gehen wir hin? Sehr gut. Gehen wir hin? Duitsers. Es ist mir bevolen, diese Boerderij zu benutzen als Vorposten. Ich bedoel, Bezetten. De Duitse sind hier. Schieten! Onderduikers. En er is in. Ihr nehmt viel risico, he? Uw vaderlandsliefde ist legendarisch ten noten. Ein Vorbild für die Kanzerwehrlacht. Es ist ein Eer. Duitsers. Golovian, diese Duitse ist aufrecht. Ihr macht sich klar für unsere Verderung. Ich würde euch willkommen willkommen für Operation Amherst. Der Feind drückt auf unsere Stellung. Was ist das? Ihr müsst ihn davon unbedingt halten. Da kommt ihr noch Verstärkung? Ich habe mir vorgestellt. Gehen mir ist ein Reden. Und die moffenkopf nicht wie kapot schiert hier. Wir ziehen uns zurück. Herr Oberleutnant, kein Widerspruch. Obersturmführer. Es war einmal ein Hund. Das hätte nicht viel zu tun.